Die vier kleinen Autos Schaut mal, die vier kleinen Autos haben Teile für ein neues Spielzeug dabei. Der Kran hat ihnen geholfen, das Waagestell zusammenzubauen. Und jetzt sind die Würfel an der Reihe. Eins. Zwei. 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 Oh, Kran. So geht das aber nicht. Die Würfel muss umgedreht werden. Genau so. Gut gemacht Autos, aber da fehlt doch noch was. Diese Teile braucht ihr auch noch, aber für Maria sind sie zu schwer. Könnt ihr Maria bitte helfen? Und noch ein paar Teile. Und was haben wir jetzt hier? Das ist ein Feuerwehrauto. Das kann jetzt gehen und Brände löschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.